Das ist hier auf der Hohe Düne. Hallo ihr Kleinen. Hohe Düne. Sie haben sich gefreut über mein Auto mit dem Kunstmedel. Hohe Düne sind wir jetzt. 6. November 2012, mein bestes Wetter. Blockbauweise auch wieder. Ja, ich hab's nicht gedacht. Aber das hat voll gekritzelt. Schön Motiv. Hohe Düne. Die rechtseitige Blockbauweise. Ein bisschen bedeckt durch Gemisch. Und hier habt ihr wieder ausgelassen. Die Grenze. Was ich nicht so gut finde. Muss ich ehrlich sagen. Gefrostet. Hier auch zum Beispiel. Hier muss das sein. In einem Korn. Hohe Düne ist ja wohl Korn. Oder sind dahinter die Vorgeste eigentlich schwer. Ich hoffe, es ist ein ganzer Wetter. Das wollen wir nicht. Das sieht nicht aus. Ja, hier hohe Düne. Das werden wir ja sehen, ob hier Düne ist. Wahrscheinlich geht es seitdem. Da muss das Meer sein. Und das stimmt auch tatsächlich. Da ist eine hohe Düne. Ganz schön hoch. Das sieht man. Irgendwie ist es noch möglich. Hier werden wir kaum. Das Lauf ist sogar noch ein bisschen dran. Den Fl saleigen. Hier muss gar nichts von novemm. Dasire messaging. Ich bin richtig dran. Dion undAS. HalloPointne gesagt. Das ist eine neue Tüte. Die Wasserflug Preffektor zu finden und ich. Was für das Lauf ist,